Kameks Monscheinturm Das sieht so aus, als wenn wir das wollen Sieht gut aus Mhm Here I go! Kamek! Den mag ich tatsächlich Die Kamera geht schon mal gar nicht Ja, du musst dich erstmal wieder ein bisschen bewegen Genau, dann kannst du Dann kannst du Kamera an Panikblase? Wieso bin ich denn in der Panikblase? Kamek! Oh! Gut aufgeteilt, ja? Mhm Hier ist klar, dass ich dich drehe, ne? Ja Mach's gut Was willst du hier? Ging's vorne auch noch hoch? Nee Doch Doch Aber er ist Ich geh jetzt hier hoch Wir müssen bestimmt einmal vorne hoch, um alles mitzukriegen, würde ich sagen Oh ja, beim Klettern hier, du Bauna Denn hier kommst du nicht durch, kommst du auf der anderen Seite durch? Da kommt Nee Da kommt so ne Wand Doch, da kannst du rein, seh ich doch Ja, mach ich gleich Wolltest du nicht? Ja, ich warte Möchtest du hier nochmal von Kamekir abhallen lassen? Mhm Mhm Schieb, schieb, schieb Epischer Shit? Nee, leider nicht So, jetzt sind wir vorne Ja, jetzt raus Das ist doch schön Da ist aber nichts mehr vor der Wand, ne? Geh mal gucken, für den versteckten geheimen Supergoldpilz Ne, hier sind nur ein paar Blommünzen Na gut Oh oh Auf ins Rösche Attacke Perfekt Warum sind die eigentlich alle so aggressiv? Du hast die aggressiv gemacht? Ja, aber Kamekir kaputt Machst du nicht? Naja, ich Gleich Jetzt Ah ne, treff ich nicht Gut Hier nochmal Ja Yes Schön an ihm geworfen Jetzt müssen wir vorbeilaufen Action Oh, ich bin in die Röhre gerutscht Das ist Super Komm ich da jetzt Panikblase? Ich seh nichts Ich hätte die Panikblase empfohlen Ach man Oh du fängst von unten nochmal an Oh ja, weg damit Ja, schweiß du weg Ach ja, als ob das Ja, sonst hätt der nochmal runterlaufen müssen Ja Hä, warum läuft der denn? Bin ich nicht mehr richtig Ach so, ich muss den Schlüssel noch aufrotzen Ich warte nochmal, ob es nochmal runterkommt Ach du, er ist grad zweimal automatisch Nicht im Markt stehen, bitte Wo ist denn der Schlüssel hin? Ich bin noch hingerotzt Tja Ja, dann nochmal Schlüssel holen, ne? Ah, ich geh den Schlüssel nochmal Für mich? Ja, na, ich Da werde ich den Schlüssel sicherlich nicht aufschließen Buh Wo ist denn die Tür? Das weiß ich noch nicht, aber du hast den Schlüssel jetzt Danke Ganz reizend So bin ich Kriege ich mir die Blume kalt? Ja Nein Doch Ich will ihn auch nicht runterwerfen Bimms Ich kriege damit die Blume nicht kalt Tschüss Kommst du? Nein Nein, gut Oh, hier ist noch eine Blume, scheiße Ach du Lass mich durch, lass mich durch Mach auf Wie dauert das denn? Guck mal Das ist ein Traum Äh, Panik Okay Nicht sterben jetzt Ich geh in die Röhre Bin da aber noch? Nee Dorn ist ein Paubum, kannst du von hier aus runter springen? Nein Nee, aber von hier aus wahrscheinlich Erstmal die Pflanze checken Für dich Hast du es nicht eingesammelt? Wieso hast du es nicht eingesammelt? Wieso geht es hier nicht runter? Geht halt nicht Ich verstehe es gerade nicht Geht es denn da runter? Da geht es auch nicht runter Vielleicht müssen wir noch eine Etage höher Ja, aber wo denn? Hier ist doch Schicht hier hinten Oder hier wieder runter springen? Ja, spring hier mal runter Hier? Ja Pow Aha Scheiße, wo bin ich? Was passiert? Ich leb noch Alles gut Was gewummelt? Ich fang ja nicht mehr aus Jetzt Aha Ah, jetzt kommen wir in die Röhre Noch nicht Warum nicht? Weil ich jetzt gucken will Okay, jetzt geht es rein Wo zum Wo zum Okay Warum? Hier oben Vergiss den dritten Diamanten bitte nicht Mhm Ich hole ihn, wenn du mir sagst, wo der ist Hier sind drei Carmex Ja, mach mal was Ja, ich mach was Müssen die sich jetzt Ah Ich hatte gerade schon mehr Angst, wir pflastern uns raus, aber gut Lass mich raten, drei Schuss sollst du nur benutzen Ja Zwei wahrscheinlich Mit zwei kriegst du ja nicht alle Wo ist jetzt die dritte Ja, du hast hier die, oder wie? Nein, doch nicht Gibt kein drittes Wo können wir denn das jetzt übersehen haben? Aber jetzt haben wir keine Carmex mehr, die uns nerven Wie wärst du denn hier drunter, irgendwie? Ja, wie kommst du da rein? Äh, sag ich dir gleich Da ist eine Treppe drin Genau, über die Treppe Okay Wo fiel die Treppe hin? Es war nicht eine Etage tief, weil da Dann musst du hier fallen lassen auf die Baumstämme Okay, mach ich Wenn ich Soll ich runterkommen? Ja Dann krieg ich hoffentlich ein bisschen mehr Kamera rein Dann machen wir das auf der Seite Zack Hast du feine Macht Gut, oder? Naja Fein gemacht heißt gut Ich hab Leben verdient Prob mal Vorrang Woll ich jetzt wieder da hinpopeln? Mhm Großartig Naja, ist ja nicht so weit, oder? Nö, ging Ich dachte schon ein bisschen Dann wieder zurück und von unten rein setzen Mal, ich klem hier Egal So Also ich vermute wirklich Drei Kanonenschüsse Mhm Glaube ich auch Und oder ohne Schaden Oder irgendwie sowas Hab ich doch nebenbei mitgemacht, Mensch Easy peasy Sind es diesmal mehr als 18 Level? Glaub fest an ein Wiedersehen Ja, wir müssen eigentlich noch jemand retten, oder? Müssen wir noch? Mhm Ach sowas wieder hier, ich rülps eine Runde Und falls hier wieder irgendwelche Was bringt das zum Henker? Ja Ich würd ja fast sagen, ob ich jetzt das Feuer hier rotze oder nach Hamburg platze ne Wurst Puh Puh Nicht so effektiv, ja Ist recht Yay Scheiß drauf, ich hab gewonnen Puh 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 Ah Ach du Scheiße 이창 Hoch hinaus auf retro-Rampen Das Machen wir Mit retro kriegen sie mich Schlangen und Leitern Ah, Donkey Kong? Jein. Guck mal. Ja, mach mal. Wuhu. Willst du mit hier oder willst du wieder da raus? Ist egal. Okay. Dein Fetterhintern. Pff, jo. Dann hast du jetzt hier schon drei Episoden gesehen. Ja, da musst du dich langsam mal dran gewöhnen. Jo, lass uns doch noch zwölfmal drehen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht gucke ich mal auf die Rückseite. Ich kann ja nicht rein klettern, wenn die da gerade sind. Oh. Ja, hü. Komm raus. Mach hier vorne alles kaputt. Ich bin ja auf dem Weg. Alles kaputt, Mann. Rinder. Gas, gas, gas. Ich bin tot. Soll ich mal drehen? Hast du was vergessen? Ähm, nicht so, dass es ist. Nun, was? In welcher Höhe fliegt er? Weiß ich nicht so genau. Kann man auch noch durchlaufen? Nein. Okay. Ja, mach. Imperativwochen? Was ist hier los? Das war es der erste. Ich will nicht draußen stehen, wenn wir da... Genau deswegen. Jetzt möchte ich. Geh, lass mich schießen. Geilo. Oh, was denn hier schön ist? Ah, traumhaft. Du hast da unten noch den... Ja, mach gleich. Oh, scheiß, entschuldige. Äh, ja, dann hol ich den. Dazu soll ich, wer macht? Nee, ich mach. Ja, dann warte hier. Obacht. Gas. Dein Vetter hinter noch, obwohl er jetzt kleiner ist. Reitarschpilz. Wir müssen noch einen Hammer holen hier. Gas. Ne, oh, steht doch. Jo, erstmal runter, wa? Okay. Nee, ist ne Wunderschöne. Äh, was soll denn das hier? Ja. Wir müssen jetzt einen Hammer holen. Dann müssen wir hier runter hämmern. Okay. Das wird anstrengend. Muss halt Gas geben. Können wir erst auf der anderen Seite gucken. Ja, mit der Mitte-Plattform. Wo holt Suse Hammer? Ja. Okay. Ähm, treffen wir uns dann unten in der Mitte? Dann können wir uns strecken. Ja, ja, ja. Hämmer einfach durch. Oh, ich rieb mich dann an. Gas, 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 Gas. Durch da. So, jetzt rennen wir hier und dann müssen wir hier irgendwie runter. Wir müssen drehen. Scheiß, ja. Warum? Schön. Reicht das? Ja. Reicht. Ist das noch was? Nein. Gut, dann können wir uns umstehen. Per Vorrang. Was war die Zusatzaufgabe? Den Typen hier zu töten wahrscheinlich. Wie denn? Das weiß ich noch nicht. Du kriegst ihn nicht vom Fahrstuhl. Du kriegst ihn nicht von hier aus. Ich darf von der Kamera nicht hören. Den kriegst du nicht. Dann würde ich jetzt den Stern jumpen. Okay. Uh. Oh. Das. Oh. Oh. Ja, aber erst mal müssen wir alle Blöcke zerstören. Wie können wir so ein Zeichen machen? Oh, lächerlich. Das ging ja. Mhm. Oh, bis ganz am Anfang blättern. Noch mehr Mumien-Chance. Oh ja. Wir müssen 5,51 schlagen. Tschüss. Das ist schon mal gut, ne? Mhm. Was wird's denn bei mir? Nein, bei mir war Ende. Ich hab schon 2 extra Leben eingesammelt. Alter. Oh, scheiß. Drei. Wo ist denn da? Äh, hello. Oh, toll. Nicht sterben, bitte. Geh da hinten lang. Geh da jetzt in den Kosten rein. Genau. Tschüss. Also drauf sich das nicht so... Äh. Drauf sich das nicht so geil, weil... Ja, dann siehst du, dass du, wo du langlaufen musst kannst. Ja, aber dann siehst du nicht... Also wenigstens so, weil dann siehst du wenigstens, ob irgendwo Türen an der Wand sind. Dann komm mal langsam rein, wenn er mich remt, wie ich vor grad sagen. Rammt ist Ende. Oh, ja. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ne, drauf sich ist nicht so gut. Ja, komplette Drauf sich ist nicht so gut. Drehscheiben? Mhm. Zum Teufel oder zu Hexen? Sowohl als auch. Hm. Zeit, dass sich was dreht. Es ist rund. Ich will, dass es sich dreht. Oh. Ja, lauf doch mal hoch. Rinder. Durch die anderen Dinger. Nein, ich muss hier so eine Brücke bauen. Ach so. Ja, dann... Hm. Nicht so weit. Wie viele Scheibchen gibt's denn hier, sag mal? So. Ja, dann kommst du schon zum Stern. An das Rode komm ich hier nicht ran? Da steht der Grüne, der sitzt da drauf. Siehst du das? Siehst du das? Kann ich mich hier runterplumpsen lassen oder nicht? Nee. Doch, irgendwo musst du dich runterplumpsen. Da ist noch ein Diamant, den hast du nicht rausgedreht. Andersrum, andersrum. Äh. Macht gut. Guck mal, dann hab ich noch Münzen gedreht. Andere... Eigentlich will ich hier die andere Richtung haben. Ach, signal. Ist egal. Ach so, ich hab so einen Christen scheiß. Ach so, jetzt hab ich das Prinzip verstanden. Okay. Oh, langweilig. Oh, nein, fuck, scheiße. Das war das. Das war das. Oh, nervt mich das. Das ist kein Level für mich. Ach, das ist doch gar nicht nervig. Mhm. So, hier sind wir durch. Ich dreh das hier vorsichtig, aber auch nochmal. Ja. Kann sich nur um Stunden halten. Ich befürchte auch. Bist du jetzt einmal rum? Ja. Gut. Ja, nimm die Gelbenberöhre. Und dann? Auf in blau. Nee, wir wollen nicht hin. Könntest du nicht den Kristall holen? Die kriegen wir auf dem Weg zum Stern. Kann man sich hier runterfahren lassen? Ja, da ist so eine, da ist so eine, theoretisch, da ist hier so eine Absperrung. Kannst du das Mittlere noch ein Stück drehen? Wohin? Nach da. Ja. Ist es schon? Vielleicht erreicht. Und zurück. Vielleicht. Und rüber. Ich bin da. Kannst dich bubbeln, wenn du möchtest. Ja. Unbedingt. Gut. Hier kommen wir wieder hoch. Das will ich ja gar nicht. Das ist alles hier? Ein Diamanten haben wir erst. Ein Special Fade. Krab mal. Oh. Wir haben einen Pilz gefunden. Toll. Warte. Da hinten müssen wir noch runterkrachen. Zu dem blauen. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Da ist, ja, ich weiß wie. Ähnlich wie hier wahrscheinlich, ne? Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen? Ja. Äh, ja. Warte, wir lassen das mal drehen. Das ist so ein Perspektiven-Ding. Mhm. Mhm. Ja, ja. Kommt gleich. Da. Geh mal da rein. Ah. Oh Gott. Geht das? Ja. Viel Spaß. Tschüss. Jetzt? Oh. Guck gelandet. So. Der Tote. Yes. Sehr freundlich. Möchtest du dein erstes und einziges Lob in diesem Let's Play kriegen? Hast du gut gesehen. Das ist das Zweite. Wann hab ich dich denn schon mal gelobt? Ich glaube in der letzten. Das tun wir doch. Das war dann aus Versehen. Überdreh mal. Schneller. Schneller. Geht nicht schneller. Und schneller. Ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung drin. Und dann kannst du mit den Grün-Lure gehen und mit den ersten nochmal gerade rücken. Ne, warte mal. Ich komm mit den Diamanten gar nicht dahin. Hier ist Schicht im Schach. Das ist doch das, was ich gesagt hab. Lass mich doch. Schneller. Wo bin ich? Was willst du denn hier? Du bist der Arbeitspilz. Ich bin der Arbeitspilz. Was? Das ist die falsche Richtung. Das stimmt gar nicht. Doch, den ersten hast du jetzt völlig verdödelt. Das ist nicht so schlimm. Das hast du jetzt gesagt. Oh Gott. Ja, will ich mit der Plattform. Das ist die falsche Richtung. Wart's doch mal ab jetzt. Du bist zu früh. Stopp, 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 stopp. Ja, entspann dich. Ich bin der Arbeitspilz. Was machst du denn hier? Was machst du denn? Was mach ich? Hättest du den Arbeitspilz mal arbeiten lassen. Alter, guck dir an, wie hast du rein ich das gedreht hab. Das hast du ja mal im ersten veranstaltet. Gott sei Dank bin ich so talentiert. Was ist denn da los? So, was war die Pumps-Aufgabe? Den haben wir. Krasse aus. So, türkische Geistergalerie. Ein Traum. Wuhuuu. Na, mit Episode 3 wollten sie es aber nochmal wissen, ne? Mhm. Ja, fertig. Oh, au. Interesting. Äh, wir müssen das... Ich mach's erstmal, glaube ich. Nein, bitte nicht. Bitte nicht? Jetzt verpassen wir die ganzen Diamantennedelsteine und Co. Ja. Da kommen Giftschlons so hoch. Mhm. Und Geister. Oh, oh. Oh, was ist das denn? Oh, naja, das... Wie dreh... Was drehst du denn da nach... Ich kann auch nicht mehr die Kamera lassen, ey. Ja, sonst drehst du immer. Ja, das kommt einfach aus, wenn man die Kamera panisch dreht. Weil du mich nie trainieren lassen hast. Jetzt weißt du, warum. Hätte ich mehr Training gehabt, hätte das alles... Gas, Gas, Gas. Wo drehst du denn hin? Na, hier, hier, hier. Ich seh nicht. Ich seh nix. Komm, wo... Dann bubbel dich. Mach den Geist jetzt hier. Ja, die Zeit hast du, oder was? Kann mich ja bubbeln. Roms, ich hab mal hier, ne? Ja. Laelestein und so. Achtung, ich dreh die Kamera. Traumhaft. So, einmal ein bisschen ankippern und dann los. Werden verfolgt. Ja, dann mach doch den Geister nach uns. Ich denke, die machst du so gerne. Guck mal, ich hab meinen schnellsten Blatt schon lassen. Ja, meiner will irgendwie nicht. So. Meiner will nicht. Gott, wie viele Scheißgeister kommen hier denn? So. Kriegen wir den Diamanten da noch? Ne, der geht unter. Hätten wir anders machen müssen. Euer Ernst, Kinder? Strahlt das weg. Können wir nochmal drehen. Wir müssen das gleich nochmal machen, das weißt du, ne? Mhm. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, komm. Er hättest dich raufstellen müssen auf Le Wippe. Ich muss doch den Geist zerstrahlen. Ach, ja, Quatsch. Oh, den Zerstrahlen. Ja, toll. Du wolltest noch ohne Bahn? Mhm. Du warst schön? Na, hüppen. Zack. Ich muss demnächst drehen irgendwie, sonst komm ich nicht vorwärts. Hast du? Ja, aber ich... Robel doch einfach. Robel doch einfach. Nein, ich muss noch hier rüber. Robel... Ich wette, da kommen wir mit dem an den anderen. Ah, nee. Ach, guck mal. Hilfe? Hilfe? Was ist meine Lampe aus? Was ist meine Lampe aus? Ich hab die ausgemacht, wenn die mich blendet. Hast du sie wieder angemacht? Ja. Oh Gott. Hä? Haben wir das nicht schon geschafft? Hat man das noch nicht geschafft? Nein. Ich dachte, warum haben wir das schon geschafft? Ach so, wir sind kurz vor auf Reck, ne? Ja. Oh. Oh Gott, das will nur, das ist anstrengend. Fandste? Mhm. Ja, doch schon. Du, das wenigstens ist ein fehlender Mitspieler im Gegensatz zu. Pfff. Oh. Oh Gott, das ist ein fehlendermes. Nein. Was sind lockers? Ja. Oh Gott. Ich glaube ich bin jetzt noch nicht. Ich glaube ich bin jetzt wieder apprecierggen.